Kapitel 4 Diskussion Inwieweit das Till-System tatsächlich dem Anspruch einer generell effektiven Umgangsweise für die Arbeitswelt gerecht werden kann, soll im Folgenden diskutiert werden. Kritik an Brown und Levinsons Höflichkeitstheorie Brown und Levinsons Höflichkeitstheorie, auf die sich Campbell mit ihrer Arbeit bezieht, stellt einen Vorreiter für viele weitere Abhandlungen dieser Art dar. Dennoch sind die Ergebnisse und Vorschläge der beiden Wissenschaftler umstritten. So kritisieren die Linguisten Locher und Watts, dass die Autoren innerhalb zwischenmenschlicher Kommunikation nur das Facework als Abschwächung der Gesichtsbedrohung im Mittelpunkt sehen und dies mit Höflichkeit gleichsetzen. Stattdessen verstehen die Kritiker jedoch unter Facework eine wesentlich größere Spanne innerhalb von Interaktionen, die auch unangebrachtes Verhalten beinhaltet. Daher führen sie zum besseren Verständnis den Begriff Relational Work ein, der unter anderem sowohl unhöfliches, nichthöfliches, höfliches und überhöfliches Verhalten beinhaltet. Höflichkeit stellt somit nur einen kleinen Teil in zwischenmenschlichen Wechselbeziehungen dar. Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass nicht alle Strategien, die das Face wahren sollen, in jedem Falle als höflich anerkannt werden. Höflichkeit liegt immer im Auge des Betrachters und ist von der Rolle des Sprechers und des Hörers sowie von ihrem sozialen Kontext abhängig. So ist es auch fraglich, ob das TIL-System überall angebracht ist. Höflichkeit in unterschiedlichen Gruppen Über die Verwendung höflicher Ausdrucksweisen in verschiedenen Berufsklassen haben die Soziolinguisten Schnur, Mara und Holmes eine Studie in Neuseeland durchgeführt. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass gleiche Formulierungen in der einen Gruppe als höflich, in der anderen Gruppe als unangemessen oder sogar beleidigend aufgefasst werden. Sie verglichen die Umgangsformen von Vorgesetzten und Untergebenen bei Büroangestellten eines IT-Unternehmens und bei einem Arbeitsteam von Fabrikarbeitern einer Verpackungsanlage. Unhöfliche Ausdrucksweisen und stellten diesbezüglich zwei Kategorien heraus. Bei der ersten Kategorie, die vor allem bei untergebenen Büroangestellten zu beobachten war, handelt es sich um scheinbar höfliche Äußerungen, die sich aber in ihrer Botschaft als provozierend und daher als unhöflich gegenüber dem Vorgesetzten erweisen. Die zweite Kategorie beinhaltet vordergründig grobe und unhöfliche Äußerungen, die zwar unter Büroangestellten undenkbar, jedoch bei Fabrikarbeitern keineswegs als fragwürdig, sondern sogar als angemessen verstanden wurden. Zudem beobachteten sie, dass höfliches Verhalten, wie es unter Büroangestellten üblich ist, bei den Fabrikarbeitern als deplatziert, teilweise sogar als beleidigend interpretiert wurde. Schnur et Ali kommen demnach zu dem Schluss, dass Kommunikationsweisen in Abhängigkeit zur sogenannten Community of Practice variieren. Bei diesen Gemeinschaften handelt es sich um etablierte soziale Systeme mit eigenen Normen, gleichen Zielen und in der Regel anerkannten Machtverhältnissen. Diese Systeme besitzen ihre eigenen Umgangsformen mit individuellen Vorstellungen von Höflichkeit bzw. angemessenem Verhalten. Der Linguist Frasier nutzt in diesem Zusammenhang den Begriff Conversational Contract. Die Art, wie Gesprächspartner miteinander kommunizieren, wird durch ihre Rollen, durch die Situation und durch die Machtverhältnisse bestimmt. Je nachdem, wie sich also der Conversational Contract einstellt, variiert auch die Anwendung von Höflichkeit. Community of Practice und Conversational Contract stehen im engen Zusammenhang mit dem in Kapitel 1 genannten Social Code von Goffman, der von den Mitgliedern sozialer Gemeinschaften genutzt wird. Eine Grenze zwischen höflichen und unhöflichen Äußerungen kann daher nicht generell gezogen werden. Stattdessen ist es immer notwendig, den genauen Kontext zu berücksichtigen, will man sich ein Urteil in dieser Hinsicht erlauben. Dementsprechend kann das Till-System mit seinen vorgeschlagenen Techniken nicht als universell eingestuft werden, sondern muss für jede Situation und im einzelnen Zusammenhang geprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Höflichkeit und Macht Im Zusammenhang mit Höflichkeits- und Machtempfinden führten die Sozialpsychologen Holgraves und Young in den USA und Südkorea eine Studie durch. Anhand von Experimenten und Befragungen kamen sie zu dem Ergebnis, dass der Höflichkeitsgrad des Gesprächspartners als Information über seinen sozialen Status wahrgenommen wird. Personen, die weniger höflich agieren, wird demnach mehr Macht zugeschrieben. Auf der anderen Seite wird besonders höflichen Personen ein niedrigerer Status unterstellt. Schnur et alii und der Linguist Calpeper stellen in diesem Zusammenhang fest, dass Unhöflichkeit in hierarchischen Machtverhältnissen häufiger nach unten gerichtet ist, da dies durch das Ausbleiben von Sanktionen von der sozialen Struktur unterstützt und auch als angemessen eingestuft wird. In der Berufswelt kann ein Vorgesetzter demnach durchaus höfliche Umgangsformen vernachlässigen, ohne dass dies als unhöflich verstanden wird und das Verhältnis zum Mitarbeiter leidet. Kapitel 5 Fazit Campbells Till-System liefert ein strukturiertes, nachvollziehbares Repertoire an Kommunikationsstrategien und Techniken, mit dem ein harmonisches Verhältnis zwischen Führungspersonen und Mitarbeitern gewährleistet werden soll. Untersuchungen haben gezeigt, dass sich dies positiv auf die Durchsetzung von Unternehmenszielen auswirken kann. Das System baut auf der Höflichkeitstheorie von Brown und Levinson auf, die sich eine anerkannte Vorreiterstellung auf diesem Gebiet erarbeitet haben. Kritische Stimmen beurteilen ihre Hypothesen jedoch als stark simplifiziert, da in den Untersuchungen lediglich dekontextualisierte Sprechakte herangezogen und viele relevante Faktoren wie der soziale Bezugsrahmen, die Rollen der Gesprächspartner sowie die Machtverhältnisse weniger berücksichtigt wurden. Auch Campels Regelwerk kann demnach als vereinfacht und in manchen Zusammenhängen sogar als überflüssig gesehen werden. Die Strategien und Techniken mögen sicherlich oftmals zu einem guten Mitarbeiterverhältnis beitragen, doch es ist fraglich, ob es in jeder Lage den erwünschten Effekt erzielen kann. Die Autorin sieht zwar für verschiedene Situationen vier unterschiedliche Kommunikationsstrategien mit diversen Techniken vor, dennoch kann sie damit sicherlich nicht alle Umstände abdecken. Zudem beinhaltet die Arbeitswelt viele unterschiedliche soziale Strukturen mit unterschiedlichen Verhaltensweisen und sprachlichen Konventionen, worauf das Till-System nicht eingeht. In manchen hierarchischen Strukturen wird Höflichkeit im Sinne von Brown und Levinson nicht immer als angemessen bewertet. Whole Grace stellt zudem fest, dass Personen, die sich direkter bzw. unhöflicher ausdrücken, ein höherer sozialer Status zugeordnet wird. Daher mag Vorgesetzten, die sich in ihrer Kommunikationsweise eher an den Greisschen Maximen orientieren, mehr Führungskraft zugesprochen werden. Die Vermeidung von gesichtsbedrohenden Handlungen, der Hauptbestandteil des Till-Systems, muss in einigen Berufsbereichen daher keine Rolle spielen. Die Eingangsfrage, ob das Till-System dem Anspruch eines allgemeingültigen Konzepts für die Berufswelt zur effektiven Kommunikation zwischen Führungspersonen und Untergebenen gerecht werden kann, ist demnach zu verneinen. Es mag in vielen Fällen aber dennoch funktionieren und hilfreiche Orientierung bieten. Durch individuelle und situative Anpassungen können damit durchaus positive Effekte am Arbeitsplatz erzeugt werden.